Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zum Bausimulator 15, wieder mit dem Tino und... Hi Leute! So! Fertig! Ah, der Bauaufschnitt ist fertig! Achso, ich soll den Bereich frei machen, ja. Also einfach nur mit den Armen jetzt so weg. Reicht schon. Dann kannst du die eigentlich auch gleich so stehen lassen. Hm, würd ich auch tun. Neuerfahrungsstufe, Jungmeister. Oh nice. So, und jetzt muss da oben drauf die Schalungsbretter, oder? Dreimal Verschalungsbretter. Hm, und das heißt... Au, das könnte aber jetzt kompliziert werden. Ich glaub da steht die Pumpe vielleicht doch scheiße. Weil, dann sollen wir bestimmt da oben drauf Wände gießen. Das kann gut möglich sein, ja. Doch einfach mal... Das wird ein schönes Einfamilienhaus. Das kann ein Scanner streitig machen. Pumpe groß würde ich sagen, aber egal. Hm... Betonmischer kann man laufen lassen, weil... Das äh, zieht auch nichts aus dem Betonmischer ab, wenn die Pumpe voll ist. Oh, okay. Reicht das? Reicht das? Bitte reicht das? Warte, ich geh mal hoch. Warte, ich geh mal hoch. Das ist doch scheiße. Äh... Heh... Fehl... Doch, hat gereicht. Hat gereicht. Hm? Aber, hm... Du kannst doch die anderen drüber, also jetzt. Kannst du die zwei von der Straße nehmen, übrigens. Ja, da muss ich ja immer komplett mit dem Kran rum. Ich weiß auch, ja. Ja, die müssen da so oder so weg, also von da... Alter, einfach mal vom Dach gesprungen, ne? Interessiert den gar nicht, den Hans. Nö, nö. Ich frage mich, wer die Treppe hier gebaut hat. Das ist ja, wo hier dieser Durchgang... Das ist ja, wo... Na, das... Das müsst ihr mal angucken. Das ist ein lustiges Treppenhaus. So. Warte mal einfach. Gucken einfach mal, was Randy macht. Schönes. Wenn der Kran rein und sich grad? Ja. Oh, fuck. Da kann einmal rum. Und das endlos. Oh, da kommt die Ladung. Setz es mal genau so ab, wie du es hast. Obendrauf, wenn es geht, auf den anderen. Hm? Ne. Doch. Hat gezerrt. Sieht gut aus. Mal Ladung zurücksetzen machen. Ja, dann zappt er sie einfach nur. Aber wo es dann landet, weiß ich nicht. Unten. Wahrscheinlich. Aber... So, dann stehen hier die Wände und das... Aber ich... Ich glaube, dass wir die Betonpumpe umsetzen müssen. Weil wir werden niemals hier hinten an die Wände rankommen. Weißt du, wie ich mein? Guck mal, das Ding, wenn du das so weit... Ja, aber ich hatte jetzt... Ich hatte ja jetzt schon komplett... Hatte ich ja jetzt schon. Die war komplett ausgefahren. Die war komplett ausgefahren. Mhm. Mhm. So. Ja. Die Betonpumpe, finde ich, lässt sich super easy ausklappen und zusammenfahren. Mhm. Kannst du nur nicht komplett so machen, weil der Betonbücher da noch im Weg steht. Hast du recht. Ich überprüfe. Ups. Boo. Die O sind auf die 15% bezogen, ne? Nee. Der Betonbücher hängt hier fest. Scheiße. Ach. Hm. 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 Das wird so nix. Ich muss trotzdem die Karre umsetzen. Scheiße. Sieht zwar gut aus, ohne Frage, aber... Ja. Ja. Ähm. Oh. Geh nicht. Na warte mal, vielleicht kann ich es ja... Warte mal. Ich kann es ja irgendwie laden... Stüpfst es doch mal ein von vorne mit dem Kran. Und du hast reingefallen. Geht ja nicht. Das ist ja das Maximalste oder nicht? Nee. Vorne dran stupsen an die Ware. Weißt du? Dass es so reinfällt. Nach hinten weg. Das hätte geklappt. Bin mir sicher. Genau. Ja. Vorne. Vorne ist vorne. Das ist Seite. Oh Gott. Jetzt ja zurück. Mit den Armen. So. Genau. Nee. Zurück. Zurück. Ja. Doch. Geh. Geh. Fahr rein. Fahr rein. Jupp. Pass auf. Sag ich doch. Es sind eh nur Schallbretter. Die werden eh immer beeindruckt wie die letzten Huren auf der Baustelle. Es ist so. Schallbretter, ey. Abfallprodukt. Oh. Schön. Und? Müssen wir Wände gießen? Sag ich doch. Dann musst du mal dort wegfahren. Aber sicher deine Ladung. Alter ey. Da brauchst du langsam hier einen Kran, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Na gut. Der Kran kann ja die Pumpe nicht machen. Nee. Aber stellen wir vor, wir müssen dann noch eine Etage draufsetzen. Pff. Ja. Schlimme brauchen wir bei den Stadion irgendwie. Moment. Ich kann... Das ist ein kräftiger Auftrag, muss ich sagen. Bring du dementsprechend Köder, aber... Du musst noch weiter rumfahren. Ja. Das Problem ist, Plus A akzeptiert auch nicht. Nee. Du musst weiter rum. Ja. Wie A ist die? In A will auch nicht. Hä? Okay. Ich guck. Ich guck erstmal... Binnenbereich die ganze Schüsse an. Die Räume sind eng, würd ich mal sagen. Manche machen gar keinen Sinn davon, abgesehen. Das ist jetzt im Untergeschoss. Aha. Aber ein Einfamilienhaus, ganz ehrlich. Oh, kannst du mal die Ladung sichern? Zufällig, gerade. Müsste ich erstmal da rauskommen, ja. Ach, Leute. Ich sag euch, das ist anstrengend. Warte mal. Wir müssen doch gar nichts mehr abladen, oder? Nee, das war's. Den ganzen Krempel hier haben wir übrig. Können wir an die Firma fahren. An die Polen verticken. Ach, die Scheiße. Wir werden mir den Zement aber nie reichen. Darf ich denn? Wie ist das? Mal schauen, jetzt. Nicht 15% fährt das alles, ja. Ja, ich hab ja noch 100% drin bei mir. Ja, aber ich trotzdem. Mal schauen mal. Ich würd's trotzdem erstmal gießen, soweit wie immer kommen. Mh. Mh. Pumpe is coming. Mh. 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 Der Betonmischer geht nicht mehr los. Er hängt komplett. Ja, er hängt komplett. Mh. 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 BYE. Mh. 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 Was hatt's davor gerufen? Mh.. Mh... Müsste ich ein... Crash Report gucken? Keine reveals. Ahnung. Bei wieviel Zeit war man denn? Den. Den. Okay, starte neu. Es ist immer wieder schön, es ist immer wieder schön. Es sind neue Aufträge vor mir. Spielen sie nicht länger wie eine Stunde Multiplayer, ansonsten crasht ihr Spiel. Das ist eigentlich der Beweis, dass man mit Unity keine Multiplayer machen sollte. Ich komme. Weißt du was für das Schöne? Du kannst nicht mal ins Multiplayer-Spiel connecten, weißt du das? Weil wir den Auftrag offen haben. Das war vorhin auch. Wo wir gestartet haben. Ja. Du kannst nicht re-connecten, ich weiss es nicht. Versuchen sie einfach mal. Ja. Wenn es jetzt nämlich hier nicht weiter geht, geht es nicht. Ich glaube 98%, 99, 100. Dann geht es glaube ich nicht weiter. 100. Warten auf Horst. Bei mir steht Warten. Oh, da bin ich. Uiuiui. Das ist wahrscheinlich gefixt. Ich bin beeindruckt. Baustelle reisen. So, wo war ich stehen geblieben? Da war ich stehen geblieben. Okay, was war jetzt? Oh, was geht denn jetzt ab hier? Deine, aber selbst jetzt auf den ländlichen Gebieten. Ich habe jetzt gerade sieben Bilder. Oh, ich glaube die Betonpumpe backt auch gerade nur rum. Nein. Na ja. Sorry Leute, aber es liegt nicht an mir. Ihr seht ja, die Webcam läuft flüssiger wie das Spiel. Ja, das ist meine Hand. Die bewege ich gerade. Seht doch das? Das sind 60 FPS. Und das sind 8. Super, ne? Ja, wenn die Webcam flüssiger läuft wie das ganze Spiel aus ist. Was die aus dem Spiel gemacht haben. Das nach einem Jahr Release verschiebe. Das ist ja das. Jöne den, jöne den, ja. Naja, die Pumpe die backt ja auch die ganze Zeit schön rum. Die wackelt immer so hoch und runter. Moment, wenn ich da reingehe, geht es vielleicht wieder? Mhm. Oh, oh, ah! Oh, ist jetzt aufgehört zu wackeln? Da sind zwei PKWs weniger. Jetzt wackelt sie wieder. Kannst du mal in die Pumpe reingehen? Ja, Moment, ich bin ja gleich wieder da. Bin doch schon fast vor Ort. Ach so. Ich habe ja noch mal neuen Zement geholt. Eieiei, das könnte noch schief gehen. Ich sehe das kommen. Aber jetzt mal gerade mal so ein Name bei Eiffel. Du warst doch mal bei Minecraft Mystery dabei, oder? Was ist denn bei dir Mystery? Oder World, nein das große Projekt mit den vielen anderen YouTubern. Legend? Ah, bei Legend. Wo ihr gleich ausgeschieden seid. Waro 2 ist doch jetzt gestartet. Ja. Macht ja nix raus, da sind wir Anfang glaube ich bei Odley 8 rausgeflogen. Ja, das ist übelst krass ey. Dings hier ähm. Con Crafter ist auch gleich am Anfang rausgeflogen ey. Fand ich übelst krass. Con Crafter, Rotpilz, Bram. Ach warum trägst du immer die falsche? Was Bram auch? Bram ist Odley wieder raus. Er war schon bei Waro 1 in der ersten Folge rausgeflogen. Ja stimmt. Es ist auch Hardcore, also es ist echt hart. Das ist geil, es wird auch Mr. Moor Games, hat wieder irgendwie die meisten getötet oder so. Das kann doch nicht sein ey. Ein Plug draufkriegen. War ja bei euch genauso. Moor Games hat euch auch getötet. Naja. Mr. Moor Games hat uns getötet, genau. Tja, kannst du nix machen. Hauptsache dabei ist das Motto. Doch auf jeden Fall. Hätte ich das daneben, ohja, ich hätte das daneben scheiße gedacht. Ne, mich füllts. Echt? Hm. So im Moment, dann lass mich mal in die Bombe rein. Hat aufgehört, alles gut. Also. Dann bewege ich mich mal ins OG. Das dritte dürfte das sein, oder? Hm. Zweite. Das ist das erste Obergeschoss, das zweite Obergeschoss. Ja sieht gut aus. Nein, 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 nein. Na das Rohr fallen lassen, boing, ab durch die Mauer, die kann man nochmal neu ziehen. Nein, nein, nein. Guck mal wie schön einfällt. Du schützt gerade daneben. Du schützt gerade daneben. Ernsthaft? Ja, ja. Du schützt gerade alles daneben, alter. Jetzt ja. Ne, immer noch. Bei mir ist voll. Ja, aber du hast gerade daneben geschützt. Deine Stange ist im Vergleich zu der Wand bestimmt fünf Zentimeter drüber. Mhm. Jetzt, jetzt bist du genau drüber. Ja, jetzt. Bist du wieder zu weit weg? Ja, jetzt bist du dran. Jetzt füllt sich's auch. Gute Arbeit. Willst du weiter schütten? Ja, nein. Du willst nicht weiter schütten? Du willst nicht weiter schütten? Ja, komm, ich mach die Ecke noch. Ist ja nur noch hier hinten die Ecke. Also bei mir ist hier noch alles nicht aufgefüllt. Naja, die Ecke da rum. Achso, doch hier hinten hast du es richtig. Hier ist noch eine Lücke, wo ich jetzt bin. Warte mal, ich lass mal hier rein. Ja, ist drin. Ja, war doch was. Nee, nee, nee. Oder? Doch, 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 doch. Keine Ahnung, Schwabs reinhauen hier. Jetzt ist es ja nur noch das, ja. Und bis drüber, ja. Ich bin hier gar nicht mehr. Jetzt. Oh, die ganze Zeit. Oh, die ganze Zeit. Krascher Knopf. Da kommt's. Ja, ja, ja. Ach, scheiß drauf. So, jetzt aber. Der ist doch im Rasen. Jetzt aber. Komm, fülle die scheiß Wand auf. Was geht denn? So, Aachen Baudrechsel macht den Bereich frei. Warum? Ich will im Haus bleiben. Ah, nee, da bin ich ja gleich gefangen, wenn das jetzt die letzte Stufe war. Ah, schön, dass es das wenigstens zu erkennen, doch. Ich hab jetzt kein Bock auf die ganzen Treppen hier. Hm. Ich weiß, ich kann ja auch nicht runterspringen. Ich glaub, ich muss hier nochmal hoch. Naja, steht hier 100%. Dass sie so einknicken. Oh, hm. Hm. Oh Gott. Äh. Ach. 20 Quadratmeter Erde vom Kieswerk. 20 Kubikmeter Erde. Das haben wir vergessen. Ah. Bin ich jetzt hier gefahren? Warte. 20 Kubikmeter Erde. Stimmt, ey. Da war noch was. Da war noch was. Aber da sind wir die Folge nämlich erstmal wieder schon fertig. Ja. Ist schön geworden hier oben. Deswegen sehen wir uns auch im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und ey, wie das da aussieht. Nice. Bis denn. Hotteren. Tschüss. Tschüss.